Das erste Mal? Ja. Fertig? Fertig. 300, 600, 800. 15 Minuten im Training. Fünf hast du pro Entfernung gemacht? Fünf Stück. Aber das ist dann schon schnell, ne? Das ist richtig Stress. Das ist richtig Stress. Glaubt man gar nicht. Aber es ist einfach geil. Absolut geil. Es macht Spaß. Ja. Geschossen mit der Ruger. Sechs mal Friedmoor. Repetiere einwandfrei. Mit der Ruger. Und das schießen wir heute Nachmittag auch nochmals Rindfeier. Genau. Heute Nachmittag ist Rindfeier. Das wird spaßig werden. Bis dahin. Gruß in die Heimat. Bleibt mir gewogen. Ciao. Olli Seliger und Olli Nell sagen Ciao. O tu's. O tu's.